Hallo und willkommen Freunde der Kaninchen. Heute zeige ich euch das Burgspiel. Dafür benötigen wir heute ein paar Küchenrollen und zwar die innere Rolle, die habe ich heute klein geschnitten in verschiedene große Teile. Dann ein Handtuch, das ist ein altes, für die Hasen muss nicht das neueste sein, kann auch ein einfaches Spanntuch sein, eine Kiste oder etwas Großes, Schweres zum Beschwerden, wofür seht ihr dann gleich. Und zum Füllen und ein bisschen Anregen ein paar Leckerchen, also hier klein geschnitte Karotten. Ich habe für uns jetzt zwei kleine Kaninchen. Erstens mal kleine Türmchen abgestellt mit Leckerchen, die müssen sie umschmeißen, da sind sie begeistert von. Und das Handtuch ist sozusagen als kleine Hängematte für sie gespannt und da können sie sich reinlegen oder auch drin rumwackeln. Und das Handtuch ist sozusagen als kleine Hängematte für sie gespannt und da können sie sich reinigen. Und das Handtuch ist sozusagen als kleine Hängematte für sie. Und das Handtuch ist sozusagen als kleine Hängematte für sie. Wie ihr seht, haben die Kaninchen vor allem viel Spaß an dieser lockeren Handtuchfläche. Das ist eine Wippe und weil es halt so nachgibt, können sie ein bisschen hin und her schaukeln. Und ich freue mich schon aufs nächste Mal. Tschüss!